Wir werden ihn vermissen. Wer wird jetzt mein Versuchskaninchen sein? Puxley ist in die Ferien zur Onkel Fester gefahren. Jetzt habe ich niemanden mehr, mit dem ich Beerdigung spielen kann. Mein Bruder ist weg, das Leben ist vergänglich. Selbst der Speedless bringt Wednesday keine Freude wie sonst. Sie hat uns überzeugt. Wir sind einverstanden, einen neuen kleinen Bruder zu adoptieren. Oder eine Schwester. Triff sie genau wie versprochen. Und hier ist die neue Schwester von Wednesday, Bia. Das Leben hat mich nicht darauf vorbereitet. Ich habe noch nie mehrere Tiere gemacht. Ich kann mir schon vorstellen, wie sie auf Schritt und Tritt Schaden anrichten wird. Wenn du in ihrer Nähe einschläfst, wachst du mit einer Glatze auf. Vielleicht sollten wir alle Optionen in Betracht ziehen. Was soll das mit den Vorurteilen? Willkommen in der Familie, Bianca. So sieht also Glück aus. Der Papierkram ist unterschrieben. Jetzt ist es offiziell. So bezaubernde kleine Bäckchen. Schau nicht anders als Puxley. Ich bin jetzt eine Addams genau wie du. Meine Lieblingsschwester. Wohin gehst du? Wo sieh dir den ganzen Müll auf deinem Schreibtisch an? Das ist ein überholter Schädel. Eine tote Krähe. Das Buch der schwarzen Magie. Langweilig. Aber das hier sieht interessant aus. Was ist es? Es ist für die Kommunikation. Lassen wir die Kristallkugel magisch leuchten. Ich wähle die Nummer der Pizzerie für einen leckeren Anruf. Hallo, hier ist die Pizza-Liefer-Hotline. Eine Pizza für das Addams-Mainer. Ja, mit Oliven. Gib es her. Du hast dich schnell eingelebt, wie ich sehe. Eine solche Schwester habe ich nicht bestellt. Eltern. Wir haben tolle Neuigkeiten. Ihr werdet euch ein Zimmer teilen. Und ihr könnt mehr zusammen spielen. Wir haben schon alles vorbereitet. Sogar das Bett ist vorbereitet. Wednesday ist nicht glücklich über diese Entwicklung. Warum hasst ihr mich alle? Es scheint, dass Bianca sehr zufrieden ist. Wie schön. Davon hätte ich nicht mal träumen können. Wenigstens ein dankbares Kind. Richtig. Viel Spaß, meine Lieblinge. Mein neues Haus hier Wendy. Ich werde sie nicht lange dulden. Ich brauche einen Plan. Ein cooler Spitzname? Abscheulichkeit. Wer ist da? Hat jemand Pizza bestellt? Ja, an dieser Adresse. Es lag eine gewisse Spannung in der Luft. Flirtet Wednesday etwa? Das sieht ihr gar nicht ähnlich. Ein überholter Schädel. Eine tote Krähe. Das Buch der schwarzen Magie. Ein Zauberball. Und? Ein Foto. Das ist der Typ, nachdem Wednesday verrückt ist. Die Puzzlestücke passen. So hübsch. Das ist eine schnelle Lieferung. Das machen wir immer. Warum starrst du so? Meine Geduld ist am Ende. Ich muss etwas tun. Schwarzer Teig. Es ist eine erwartete Wahl für Adams. Es ist Zeit, dir die Hausregeln zu erklären. Mhm. Erinnere dich. Kein Lächeln, kein Lachen. Keine bunten Gegenstände, keine fröhlichen Partys. Hm. Ding ist für das neue Familienmitglied willkommener. Wow, eine Zombie-Hahn. Nein, das ist Ding. Mein persönlicher Assistent und geliebtes Haustier. Cool. Blimp ist also ein trainierter Welpe. Cool. Bring den Ball. Ding erlaubt es nicht, so behandelt zu werden. Komm schon. Er ist kein Hund. Okay. Dann wird er eine Ninja-Schildbrüte sein, die lieben Pizza. Leonardo, iss auf. Es geht zu weit. Jetzt ist es mein Haustier. Eine solche Dreistigkeit ist Wednesday noch nie begegnet. Es ist an der Zeit, ihr eine Lektion im typischen Stil der Adams-Family zu erteilen. Ring, sing zurück, du lästige Schwester. Unverzüglich. Wen interessiert das schon? Nimm es. Lass sie uns disziplinieren. Sieht so aus, als würde sich die Gastgeberin überhaupt nicht um dich kümmern. Lass uns das in Ordnung bringen. Trimm dich. Poliere dich. Oh, wie gruselig. Spinne. Erschrocken? Wednesday, warum machst du mir Angst? Es ist nur eine Pinata mit deinen Lieblingssüßigkeiten. Oh, ich verstehe. Ich werde es mal versuchen. Ah, da ist ein Auge. Warum schreist du? Es ist essbar. Schau. Mit Bananengeschmack. Ich werde unseren Eltern sagen, dass du mir Angst machst. Du wirst bestraft werden. Nur zu, Daddy Gomez wartet schon sehnsüchtig darauf, es zu hören. Was redest du denn da? Ah. Geistig schwach, ganz und gar nicht wie die Mitglieder der Adams-Family. Sie haben ihn an den Ohren aufgehängt. Daddy. Who erlebt? Das Skelett war eine Fälschung. Wednesday ärgert mich. Der Typ hat Blumen mitgebracht. Für wen sind sie? Sie sind offensichtlich für mich. Nein, die sind für mich. Das sind meine Blumen. Eindeutig nichts für mich. Ich habe solche Streuße noch nie gemacht. Sie sind zu langweilig. Gomez kennt die Flügel. Vorlieben seiner Geliebten ganz genau. Mon Cher, deine Lieblings-Venus-Fliegenfalle. Gomez. Ja, eine würdige Ergänzung für meine Sammlung. Sie beißt. Deine Lippe wird anschwellen. Wir müssen die Geheimrezeptsalbe meiner Großmutter auftragen. Aber wem gehört der Blumenstrauß? Keine der beiden Schwestern will nachgeben. Gib es schön auf. Auf keinen Fall. Sie sind meine Lieblingsblumen. Das heißt, sie gehören mir. Da ist ein Zettel. Das wirst du gleich sehen. Bist du sicher? Was für eine Intrige. Was könnte in der Nachricht stehen? Herr Hübsche. Ich lade dich zum Abendessen ein. Heute Abend um acht. Ich hab's. Ich bin die Hübsche hier. Ich bin die Schönste. Versuch vor mir da zu sein. Manche hat beschlossen, sich freundlich auf ihr Date vorzubereiten. Zuerst wird sie ein Bad nehmen. Macht ihre Haut weich und samtig. Schwarzer Schaum wird dabei helfen. Auch Bianca macht sich für das Date bereit. Wasser ist eher lösend. Sie muss jede Schuppe an ihrem Körper und den Schwanz waschen. Die Schwestern geben nicht auf. Jede ist von ihrem Sieg überzeugt. Schwarzer Lippenstift ist das Highlight des gruseligen Adams Looks. Ein weiterer Touch. Ein Spinnennetz. Mehr Schwarz. Noch düsterer. Solch einem finsteren Make-up wird er nicht widerstehen können. Wednesday zweifelt nicht einmal daran, dass sie hundertprozentig aussieht. Und zu guter Letzt Spinnenhaarnadeln. Perfekt. Lass mal sehen. Ich hab's. Ich nehme die Schuppen, die ich für einen besonderen Anlass aufgespart habe. Um den Look komplett zu machen. Genau so. Blau ist die trendigste Farbe dieser Saison. Dieser Lippenstift hinterlässt keine Spuren. Perfekt für Küsse. Ich füge den letzten Schliff hinzu. Wunderbar. Wednesday kann es kaum erwarten, dass der Abend kommt, damit sie zum Essen gehen kann. Nein. Keine Zöpfe. Tut mir leid, du Trübsalbläser. Aber heute Abend gehe ich zu dem Date. Richtig, kommt jemand. Es ist Bianca. Sie hat mich eingesperrt. Es tut uns wirklich leid. Bianca. Sie hat gesagt, dass sie mit ihrem Freund zusammenziehen will. Aber wir haben wirklich gute Nachrichten. Kannst du es erraten? Puxley ist zurück. Komm her. Ich bin so froh, dich zu sehen. Eigentlich freue ich mich für Bianca, dass sie ihre Liebe gefunden hat. Ich brauche niemanden. Ich habe schon einen Bruder. Und euch alle. Hast du die Kämpfe von Wednesday gegen Annette verpasst? Heute gehen ihre Töchter auf die Nevermore Academy. Lerne fleißig, mein Schatz. Wow, unsere zweite Schwangerschaft. Ich bin so glücklich. Wen werden die Mädchen bekommen? Wir werden gleich wissen, wen du in dir trägst, Mami. Wie geht's dir, Baby? Endlich. So ein aufregender Moment. Schauen wir mal. Oh, wie schön. Ein Junge. Jetzt werde ich sowohl eine Tochter als auch einen Sohn haben. Schau auf den Bildschirm. Wow, alles nach der Mutter. Herzlichen Glückwunsch, es ist ein gesunder Junge. Und was für ein Talent. Ich habe auch einen Jungen. Könntest du dir das vorstellen? Ich werde nicht der einzige Mann sein, den du quälst. Heilige Kakerlaken, warum habe ich so einen Bruder? Oh, und ich habe keine Ahnung, wer schlüpfen wird. Es ist jedes Mal eine reine Lotterie. Schwangere Frauen wollen immer etwas Anspruchsvolles essen. Lasst uns anfangen zu kochen. Ich liebe schillernde Nachttische. Es gibt nie zu viel Süßes. Zumal mein Mixer mit allen Zutaten zurechtkommt. Halt, kein Smoothie, sondern eine Augenweide. Guten Appetit, Annette. Hör auf, diese Regenbogencocktails zu trinken. Hm, die perfekte Kombination von Aromen. Es ist an der Zeit, mir eine bunte Süßigkeit zu gönnen. Ah, in der Zwischenzeit hat unsere Gewitterwolke beschlossen zu hexen. Und es sieht so aus, als hätten die alten Adams-Hexen ihr ein schreckliches Kochbuch hinterlassen. Ich brauche das Ei von Opila. Wunderbar in kochendem Wasser baden. Um arme Wuggies Foto, um es umwerfend scharf zu machen. Banbans Horn ist jetzt da. Schauen wir zu, wie das Gebräu blubbert. Sieht furchtbar aus, also ist es fertig. Voilà. Die Stunde des Genusses meines ekelhaft schönen Abendessens ist gekommen. Ich finde, das Rezept meiner Urgroßmutter ist hochgiftig geworden. Nicht eklig genug. Eine Delikatesse. Schwärzer als schwarz, genau wie meine Seele. Wessen Essen hat euch besser geschmeckt, meines oder Ennets? Schreibt es in die Kommentare. Ich habe ein paar coole Sachen für das Kind gekauft. Zum Beispiel Pyjamas. Und es ist mir gelungen, süße Hundepantoffeln zu einem Sonderpreis zu bekommen. Puff, puff. Mein Junge wird sie lieben. So viele bunte Farben. Mein Sohn wird zu einer vorbildlichen Fashionista erzogen werden. Und ich habe ein Demo-Gong-Kostüm für Adams Junior vorbereitet. Ein extrem gruseliges Outfit, nicht wahr? Dieses Baby wird einige seltsame Dinge organisieren, das verspreche ich. Wo wir gerade von Monstern sprechen. Wenn ich Thing habe, dann hat der Junge eine Kreatur. Marshall, Zuma und Rocky. Das Baby wird auf jeden Fall Spielzeug brauchen. Puff. Dann werde ich Riders Rolle spielen. Leute, tada. Lasst uns ein paar Abenteuer erleben. An die Arbeit. Es riecht, als wäre hier etwas auf mysteriöse Weise verschwunden. Pikachu ist weg. Wie können wir ihn finden? Kommt her. Gut gemacht, Marshall. Du hast den Vermissten gefunden. Mein Sohn wird sich freuen. Pusch, Keatur. Mach Platz für das große Highlight des Tages. Mein Erbe darf nur mit wirklich exklusiven Puzzles üben. Hm, sehr interessant. Ich möchte diese Teile sogar selbst zusammensetzen. Und Wednesday ist ein Meister der Anatomie. Von nun an werden sie bei uns wohnen, Herr Slender. Kein Wunder, dass man sagt, die Kälte geht einem in die Knochen. Die Gruft-Aura der Eltern. Es wird schwer sein, mit zwei Kindern zurechtzukommen. Oh, ein schöner Gedanke. Ich werde einen Wettbewerb ausschreiben, um das beste Kindermädchen für meinen Schatz zu finden. Hallo Opila. Zuerst üben wir an der Puppe. Die Kleine will schlafen. Sicher. Mach dir keine Sorgen, Annette. Ich habe meine bewährte Methode. Ich werde ein gemütliches Nest für ihn einrichten. Siehst du, das Kind ist sicher und gesund. Ich muss es nur noch wärmen. Warte. Er wird es auch ohne tun. Aber bei meinen Mädels hat es funktioniert. Sing einfach ein Schlaflied für ihn. Kein Problem. Ah, ah, ah. Du erschreckst ihn völlig. Genügt der Lieder. Letzte Chance. Füttere das Baby. Ja, Boss. Bist du bereit, einen Leckerbissen zu probieren, Junge? Nein. Mein Sohn wird niemals Würmer essen. Du bist nicht qualifiziert. Raus hier. Du gehst dieser schwangeren Frau auf die Nerven. Darf ich vorstellen? Das ist Pikachu. Ich kümmere mich um dich. Du bist also der nächste Kandidat? Mein Junge ist wirklich durstig. Aber es ist zu kalt für ihn. Perfekt. Tröste das Baby. Ich hab's. Diese lustigen Schmuckstücke sind immer zur Hand. Ich bin der coolste Babysitter. Wenn ich singe, fühlt es sich nicht bitter an. Bitte beruhige dich, mein Kleiner. Tränen sind nur zur Freude da. Cool. Ich werde meine spezielle Wickeltechnik anwenden. Normalerweise nenne ich sie Burrito. Du hast den Job. Viel Glück. Lasst uns eine grausame Schlacht der Babysitter austragen. Kandidat Nummer 1. Ein tapferer Klempner steht zu ihren Diensten. Was weißt du über Kindererziehung? Kinder sind wie Rohre. Sie spielen manchmal verrückt. Fittere die Puppe, Komiker. Okay, ich werde es herausfinden. Es gibt keine Aufgabe, die Super Mario nicht bewältigen kann. Entspann dich, Junge. Der Kerl mit der Mütze wird dich nicht verhungern lassen. Leckere Milch, mh? Was ist das? Wo sind die Käferspinnen und Schlangen? Bring das Kind zum Schlafen. In Ordnung, Mama. Nur nicht wütend werden. So, mein Kleiner. Jetzt muss ich dich einlullen. Die Sonne scheint schön und hell. Dieser süße Junge ist Mamas Liebling. Oh, oh. Meine Fähigkeiten nicht zu schätzen gewusst. Du verschwindest jetzt besser aus diesem Haus. So viel Fröhlichkeit dulde ich nicht in der Nähe meines Sohnes. Uah. Langweilig. Du kannst ihn erschrecken, wenn ich dich lasse. Hey, Zottel, zeig mir, was du kannst. Es war einmal ein schwarzes, schwarzes Haus, das stand in einem dunklen, dunklen und schrecklichen Wald. Mhm. Du hast meinen Respekt, Hagi. Du hast die Aufgabe professionell gemeistert. Ich werde mit ihm auf die Straße gehen. Du hast den Job. Finde dich damit ab, Klempner. Meine Babyparty ist in vollem Gange. Du hast es geschafft. Natürlich. Hallo du. Wir sind nicht mit leeren Händen gekommen. Und Wednesday Adams hat zu ihrer geschlossenen Gesellschaft nur Gäste eingeladen, die einen schurkenhaften Charakter hatten. Den schnauzbärtigen Daddy Long Legs, den zahnigen Hagiwagi und die gerissene Bonbalina. Eine Spielkonsole und die neueste Version von Super Mario. Und ich will, dass das Baby immer von Pikachu beschützt wird. Das ist ein schönes Geschenk. Ich muss etwas anderes finden. Ja, mein Lieblingsschraubenschlüssel. Ein Geschenk aus tiefstem Herzen. Das wird den Kleinen an mich erinnern. Tolle Idee. Oh, richtig. Ich habe es übertrieben. Ich habe ein paar Barbie-Kosmetiker vorbereitet. Danke, aber ich erwarte einen Jungen. Dann mach dir keine Sorgen. Ich werde es selbst benutzen. Ein Gerät für gruselige Träume von mir und Mommi. Ein haariges Hagi-Kissi-Mobil. Vielleicht wird das Kind ein Rennfahrer. Es werden Fußgänger überfahren. Habt ihr nichts mitgebracht? Hast du die hübsche Schleife auf meinem Kopf nicht bemerkt? Das ist eine Wendung. Vielleicht hätte ich sie gar nicht einladen sollen. Ein Pinata-Spaß. Fertig. Es wird ein Buchstabe herausfallen. Und der Name meines Sohnes wird damit beginnen. Hm. Daniel. Eine anständige Option. Der Nächste, bitte. Moment mal. Was hast du da geschrieben? Ich habe doch einen Jungen. Oh ja, ich bin verwirrt. Heute nicht, Donna. Jetzt werden wir die Geister durch eine Seance kontaktieren. Ich werde meinem Baby einen Namen geben, der mit dem Buchstaben beginnt, den sie zuerst nennen. Lass die jenseitige Energie durch dich hindurch gehen. Die Geister haben Kontakt aufgenommen. Hagi, nimm deine Puten weg. Wir müssen uns Namen mit F ausdenken. Lass uns ein Brainstorming machen. Erinnere dich, Frankenstein. Nicht schlecht. Freddy Krüger. Oder nach Banbans Freund Fiddles. Diego, der Clan. Ich kann nicht. Ich habe Wehen. Ah. Ah. Genau. Puh, puh, puh. Was sollen wir tun? Hallo, Krankenwagen. Ich kann dich schocken. Genug. Beruhigt euch alle schnell. Lasst uns nicht in Panik geraten. Wow, es fühlt sich an, als ob ich gebären würde. Geht weg, ihr Monster. Das Kind will die Welt sehen. Soll ich dich mitnehmen? Ich fahre. Puh, puh, Einhornkraft. Hilf mir. Gutes Mädchen. Wir glauben an dich. Einfach drücken. Ich versuch's ja. Easy peasy. Fechten im Krankenhaus? Wednesday sagt ja. Die Arbeitsholter kommt. Vergiss nicht zu schieben, Adams. Ich bin einfach erschöpft. Zuwachs für ihre Familie. Nimm Kontakt mit mir auf, Bauchmensch. Gib mir ein Zeichen, wenn du mich hören kannst. Hm, er ist ein schlauer Kerl. Großartig. Herzlichen Glückwunsch. Schau dir deinen kleinen Jungen genauer an. Mein kleines Korpion. Ich denke, dass der Prozess noch nicht abgeschlossen ist. Auf keinen Fall. Noch ein Kind? Puh, puh. Schon wieder wehen? Was könnte es sonst sein? Einfach drücken. Sieh dir das an. Ich habe auch einen Jungen. Wie ich sehe, bist du beschäftigt. Tschüss. Wieder keine Ruhe für die Mädchen. Sogar unser Fan des Leidens ist genervt. Tief durchatmen zukünftige Mütter. Kollege, ich glaube, sie bekommen beide Zwillinge. Unsere Finalisten? Mommy und Daddy Longlegs. Spielzeit hallo zusammen. Und die ständigen Champions des Programms. Daumen hoch für die Addams. Rufen wir die Runden ab. Die Teilnehmer sind bereits angetreten. Boom. Und komm, es ist kein Versager. Ich habe ein scharfes Auge, meine Herren der Finsternis. Nun, Regeln sind Regeln. Versuchen wir es. Trinken Sie lieber nicht alles. Mal sehen, wie der Angelwettbewerb gelaufen ist. Ich glaube an dich, meine Kakerlake. Kinder leicht. Ich werde ihnen den Sieg direkt aus den kühlen Händen reißen. Au. Seltsam, da drin bewegt sich was. Die Situation ist unter Kontrolle, Schatz. Ich glaube, ich habe es gefangen. Sieh mal, Schatz, es ist ein wunderbarer, hochgiftiger Freund. Wie geht's dir? Vorsichtig. Sieht aus, als hätte Mr. Longlegs nicht mit fünfbissigen Überraschungen gerechnet. Sie werden schon klarkommen. Es ist Zeit für die letzte Sensation. Was würdest du nicht alles für die letzte Runde tun? Entwirre es, Thing. Der Vater muss Zöpfe machen können. Der Schnellste darf adaptieren. Oh, Karamea. Bring unser blasses Kind nach Hause. Beruhige dich, Gräfin, danach der Profi arbeitet. Etwas Schreckliches braut sich zusammen. Drei, zwei, eins, los. Schämische Locken, genau wie meine Tochter. Ich binde einen Schafsknoten und keine Probleme. Probleme an der Adamsfront? Ich bin ein Meister der Friseurwissenschaften. Schalten wir den Turbo-Flecht-Modus ein. Perfekt. Die Frisur von Daddy ist fertig. Das Glück hat die Adams verlassen. Glückwunsch an die Longlegs. Juhu. Wer wird uns jetzt foltern? Wir haben die Snopes übertrumpft. Hey Süße, wie wär's mit ein paar Umarmungen? Ich hätte nie zu ihrer Show kommen sollen. Die Abenteuer rufen. Schauen wir sie uns an. Ich zeige dir das Kinderzimmer. Voila. Papa und ich haben unser Bestes gegeben. Ja, bunt. Magst du es, Baby? Ich hasse Fröhlichkeit. Und soll ich hier meine Freizeit verbringen? Schrecklich. Zu erfreut? Heiligkeitsüberdosis. Aber Thing all zur Rettung. Eine undurchdringliche Tinte wird jeden zur Vernunft bringen. Konzentrieren wir uns. So ist es viel besser. Was nun? Ich habe mir einen Weg ausgedacht, wie du deine neuen Eltern genauer studieren kannst. Hier. Ich habe auch eine Idee. Ich suche noch anderen Schnickschnack. Den wird ein ähnliches Schicksal widerfahren. Boxy Boo. Ah. Thing steht immer in den Startlöchern. Ich lasse nicht zu, dass du die Mini-Youths quillst. Du hast einen so genialen Trick ruiniert. Null Erziehung, ich verstehe. Kannst ihm helfen, das richtige Spielzeug auszusuchen? Nein, verstanden, Mr. Hunt. Du bist also Wednesdays persönlicher Leibwächter? Es scheint, der gelbe Kerl ist unanständig reich für die Adams. Willst du meinen Kollegen Huggy Wuggy testen? Zattelige Pfoten, hervorstehende Augen? Nicht mal annähernd gotisch. Ich habe den Kandidaten. Wann hört das endlich auf? Bringt den nächsten. Niemand hasst die Rainbow Friends. Thing hat sein Urteil verkündet. Es ist Zeit, ernst zu werden. Übrigens, jedes Mädchen braucht einen tollen Freund. Wow, dieses Mal wird unser kleiner Inspektor eine gründliche Untersuchung durchführen. Verdächtiges Gesicht, nicht wahr? Lasst mich nicht warten. Hm, tut mir leid, Puppa, aber du bist zu niedlich, um mit unserem mürrischen Thunder Cloud zu spielen. Nein! Ich werde sie retten. Das war Fallen nicht. Vergiss es, Tochter. Ein besonderes Geschenk von Daddy. Sieh dir das an. Was wird unsere erfahrene Jury zu diesem Rätsel sagen? Geben wir ihr ein paar Sekunden Zeit. Eine Fülle von Schattierungen. Kein einziger Finger stimmt zu. Sechs verschiedene Farben. Da muss man ein bisschen nachbessern. Schau dir meine Magie an. Bereuge dich, Wednesday. Zu spät, Schnurrbart. Hervorragendes Ergebnis. Aber es geht doch darum, dass beide Seiten die gleiche Farbe haben. Monster haben seltsamen Spaß. Es stellt sich heraus, dass ich schon gewonnen habe. Wir müssen den Würfel wieder ins Lot bringen. Hey Freunde, wisst ihr noch, welche Farben das waren? Schreibt die Antworten unten auf. Die Operation Rettet die private Barbie ist in vollem Gange. Meine erste Begegnung mit der Kanalisation. Kein Grund dort zu bleiben, Schmutzfink. Raus ans Tageslicht. Ich kaufe dir ein Parfum. Wie geht? Sieht schlimmer aus, als ich dachte. Es ist Zeit für Schönheitstipps von Mommy. Dieses Zimmer ist voller Reize, Baby. Mach es dir bequem, du wirst bald schön sein. Lass uns den ekligen Müll loswerden. Oh, wie schön, du hast das Kleid schon selbst angezogen. Eine schöne Verwandlung. Der nächste Schritt ist ein Stück rosa Knete. Daraus forme ich niedliche Kugeln in verschiedenen Größen. Die befestigen wir dann an ihren Schultern und Hüften, sodass Bob's in einer Sekunde so charmant sein kann wie ich. Sitzt gut. Ich stecke die Enden des Drahtes, der bereits mit einem flauschigen Stoff überzogen ist, direkt in die Knete. Die Beine sind fertig. Jetzt müssen wir unserem Mädchen nur noch diese Arme mit winzigen Händen schenken. Die sind uns so ähnlich. Aber etwas fehlt noch. Du solltest eine modische Frisur haben, Liebes. Wunderschön. Ich bin stolz auf dich. Zeigst du, Mommy, ein paar coole Moves? Hörst du das klimpern? Komm, Wednesday muss dich sehen. In der Zwischenzeit hat die Familie Longlegs eine lustige Probe. Wie würdest du diese Musikband nennen? Hinterlasst eure Vorschläge in den Kommentaren. Juhu, so eine coole Melodie. Könnt ihr noch mehr Interpreten akzeptieren? Oh oh, Barbie blockiert den Fluss der Inspiration von Thing. Spektakulär. Pech gehabt. Schon wieder? Ups, jetzt werde ich dir eine Lektion erteilen. Die verschwierten Finger sind in Schwierigkeiten. Wartet einen Moment. Ich habe einen Weg gefunden. Lasst uns eine zivilisierte Schlacht veranstalten. Klingt toll. Willkommen zum Damenwrestling. Mommy, die Makeover Queen und Thing Adams werden sich im Ring treffen. Hörb ich dich, Hooligan. Der vernarbte Kämpfer hat nicht mit solch aggressiven Tricks gerechnet. Wird der Bleichgesichtige mit einem rechten Haken antworten? Thing weicht der Angreiferin aus, aber wird sie dadurch nicht noch wütender? Nein, das ist gerissen. Der erste Knockdown des Kampfes. Es gibt eine Geheimwaffe in der roten Ecke. Die Nägel sind in Gefahr. Sein Vertrauensvorschuss. Sowieso gescheitert. Mommy hat einen klaren Vorteil. Und unser Held ist besiegt. Bis es Longlegs gewinnt das Duell. Hier sind meine Glückwünsche und dieser Meisterschaftsring. Gut gemacht, mein Schatz. Nicht gut. Ich bin hungrig. Akzeptiere die Tatsache und hör auf, es zu vertuschen. Warum willst du unsere Süßigkeiten nicht? Nicht mal ein kleines Stück von unserem Lieblingsdessert. Esse nie bunte Sachen. Oh, wer ist noch da? Hast du angefangen, den Schwarz-Weiß zu sehen? Werdezeuge der Gourmetküche. Was gibt's? Das Wednesday-Gericht ist da. Bedien dich, kleine Falle. Ich liebe es. So lecker. Aber was ist dein Geheimnis? Bitte verrate es mir. Komm, ich werde dir mein bestes Rezept zeigen. Bin schon unterwegs. Einige unbekannte gebackene Leckereien. Ziemlich nahrhaft. Das sind sie bestimmt. Mach es dir zu Hause selbst. Nenne deine Zutaten. Okay, einen Moment. Ich werde die Teller holen. Für ihre. Schau zu und lerne. Zuerst werden wir mit der Füllung arbeiten. Wednesday kann sie nicht leiden. Ich kratze den ekligen weißen Teil vorsichtig mit einer Gabel ab. Sieht? Siehst du? Keine Spur. Dann zerdrücken wir die Kekse zu krümeln. Etwas Sahne? Mach dich nicht lächerlich. Mein Geheimtipp, um das Essen dunkler zu machen. Nur zu. Eine halbe Flasche ist genug. Es ist ein Meisterwerk. Das Gericht ist fast fertig. Fügen wir noch die Note des Autos hinzu. Ruderspinne für ein unglaubliches Knuspern. Wow, das ist interessant. Darf ich auch mal probieren? Die Taranteltatzen sind an ihrem Platz. Ich werde unser Mädchen verwöhnen. Was macht ihr denn da, meine Damen? Oh, wie appetitlich. Ihr schafft es schon ohne mich. Willst du eine Snackbewertung hinterlassen? Mit Vergnügen. Mal sehen, woraus es gemacht ist. Lecker. Wir haben unser Bestes gegeben. Was war das? Jemand kitzelt mich von innen. Oh, wir haben eine lebendige Spinne. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir ein Auto hatten. Die Gauner haben Wednesday gekidnappt. Schnell, wir müssen sie verfolgen. Ein Punkt für die Adams. Mein Respekt. Aber es sieht so aus, als würde unsere Playtime-Pflegefamilie nicht aufgeben. Hoffentlich habe ich etwas Wertvolles gefangen. Eine andere Wednesday? Lass uns das herausfinden, Daddy. Ein weiteres Mitglied der Adams-Familie ist in Gefahr. Ich dachte, du wärst ein Unikat. Zu alt für eine Adoption, sagst du? Sieht so aus, als ob eine Monsterhand auch einen Herzensbruch haben kann. Wir sollten deine Haare viel schöner machen, Schatz. Nur in deinen Träumen, Stylistin. Zuerst müssen wir diese schwarzen Locken stutzen. Also ich habe eine bessere Idee. Ich kaufe dir ein paar Haarspangen für Mädchen. Ich will mich selbst um die Zöpfe kümmern. Scharf. Geil. Ah, mein Schnurrbart ist in Gefahr. Aber es war mein größter Stolz. Die Adresse ist also richtig. Komm, wir gehen zu unserem Kind, Mama. Wednesday, ich bitte dich, hör auf, potenzielle Eltern einzuschüchtern. Die Einrichtung geht bankrott. Dich wieder blamieren? Langweilig. Warum haben wir keinen Aufzug? Wir sind da. Meine Güte, Besucher. Das ist meine letzte Chance. Lasst uns so tun, als wären wir beschäftigt. Kommt rein. Schau, die Tochter, von der du immer geträumt hast. Wunderbar. Du hast absolut recht, Schatz. Wir werden schnell mit den Dokumenten fertig und leben glücklich. Moment, das ist kein Scherz. Du willst sie? Das ist das Letzte, was ich im Moment brauche. Anfassen ist hier nicht erlaubt. Dies ist ein Eingriff in meine Komfortzone. Hey, wie viele von euch sind da? Die Personalakte liegt bereit. Fangen wir an. Lady Octopus, hilf mir. Ein beeinflussbarer Mensch. Ich werde mich selbst um die Adoption kümmern müssen. Hallo, Freunde. Wer hat keine Angst vor Mami Longlegs? Schreibt es in die Kommentare. Er hat die Sache schnell in die Hand genommen. Aber vergiss nicht, dass die Pflegefamilie auch den gerissenen Thing zähmen muss. Der flinke Adams gibt nicht kampflos auf. Die Gegner wollen den Streit auf zivilisierte Art und Weise lösen. Ups, das Glück ist heute auf Mamas Seite. Bis bald, mein Kleiner. Bis bald, mein Kleiner. Bis zum nächsten Mal.